Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Fallout New Vegas. Ich bin Rude Derfer und wir befinden uns hier immer noch in dieser R&K-Station. Wollten uns aber gerade aufmachen zum Mojave Outpost. Oh, Mojave Outpost, oder wie auch immer man dieses Wüstending hier ausspricht. Und ja, genau dahin. Ich weiß zufälligerweise ein wenig, was uns auf dem Weg erwarten wird und es gefällt mir eigentlich nicht, weil... Wie gesagt, ich mag die Wüste nicht. Denn auf was trifft man in der Wüste? Riesige, verseuchte Skorpione. Und wenn ich mich recht erinnere, donnern die ordentlich Schaden raus. Ordentlich, ordentlich, ordentlich Schaden. Warte, ich würde hier nochmal hin. Hier gab es, glaube ich, auch noch einen Ort, den wir uns auf unsere Karte malen können. Jo, das Autokino. Nice. So nett, so tot. Okay. Hier können wir auch wieder hin-zurück-reisen, wenn wir es gerne hätten. Aber jetzt folgen wir erstmal wieder mal der Straße nach... Ist das die richtige Straße? Hier müssen wir da lang. Zum Mojave Outpost. Und da unten in dieser Baracke, wenn ich mich recht erinnere, sitzen irgendwelche Banditen drin und wollen mir ferns Leder. Ist da etwa jemand? Hallo? Ist da jemand, mit dem ich sprechen könnte? Hallo? Ich sehe niemanden. Oh, jetzt verschwindet er. Schade. Schon wieder so ein dämlicher Rabe. Da hoch müssen wir jetzt in diesen Super-Statuen. Es ist Messerzeit. Super-Awesome-Epic-Messerzeit. Döden, 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 döden. Döden, 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 döden. Tot. Anführerin der Schakale. Wow. So, episch. Einfach alles mitnehmen. Metall... Oh, eine Metallrüstung. Ich glaube, die werde ich mitnehmen und vielleicht doch nicht mitnehmen. Oh, ist das schwierig. Maddox und das. Gucken, was haben wir denn noch mit? Irgendwas zum Reparieren, bitte. Hä, wenn das nur nicht so schwer wäre. Jo, reparieren wir mal unsere Pistole mit dieser anderen Pistole. Was haben wir denn hier noch? Verflucht nochmal, sollen sie sein. So, und das reicht uns jetzt auch schon wieder. Jetzt kann ich auch die Metallrüstung anziehen. Oh, hey, wer bist denn du? Okay. Bäm. Sie haben Karma dazugewunden. Ui. Das werde ich immer machen, ob Leute zugehen, wenn sie dann einfach abdingseln. Naja, das kann aber halten. Das Veteranen-Outfit, das ist nichts wert. Wow. Wow. Warte, was tötet mich? Zur Hölle. Ah, da ist sie. Alter, willst du irgendwie ärger oder so? Ich werde dir schnell auf dich zugerannt kommen, aber. Tod. Ah, es war nett mit dir, solange es gehalten hat, aber. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt muss ich erstmal was verkaufen. Deswegen, offscreen irgendwas verkaufen und dann wieder zurückkommen. Bis dann. Okay, und da sind wir hier wieder. Ich hab Zeug verkauft, bin wieder leichter beladen. Und, ja, stürmen wir das Ding hier drin. Fuck you, genau so wird es euch hier drin gleich gehen. Ihr dürft euch mächtig grafisch filmen. Hey. Tod. Ich bin getroffen. Ah, du bist getroffen. Schön für dich. Gut, dass sie nichts ordentliches dabei haben. Wow. Schrecken. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, ich höre sie. Ich kann sie hören. Wo ist sie nur? Sie hat mich töten. Nee, 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 nee. Ich wollte, ich... Der Mais könnte eigentlich da bleiben, aber okay. Wenn ich schon mal... Mein Gott, ich höre es. Es wartet nur auf den Schranken, mich auseinanderzureißen. Was gibt's hier noch schönes... ...Stange-Tigaretten. Das ist üblich also. So. Stört mich irgendwie, dass man immer so schnell so beladen ist. Oh mein Gott. Das ist alles voll mit ihnen. Mit diesen kleinen Schaben-ähnlichen. What? Ups. Hab ich alles kaputt gemacht. Tut mir leid, kleine Schabending. Bittertrank. So, irgendwie nicht. So, irgendwie können sie gerne behalten. Hier drin irgendwas Interessantes von Wert. Oh mein Gott. Diese Geräusche geben in Teelisch auf die Nerven. Jaaaaaah. Hey, die nehme ich mit Hydras. Was denn eigentlich für die Hydra? Haha, ihr könnt hier ja nicht raus. Oder so. Oder könnt ihr ja raus. Vielleicht kann ich jetzt nicht rein. Uah. Sterbt. Oh, die wollte ich mir voll geben. Aber ich habe es ihr zuerst gegeben. Ho. Sind. Hey, K.O. 7 nehmen wir. K.O. 2 nehmen wir auch mit. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt mit. Ihr wisst schon was. Zeug, mit dem ich mich nicht auskenne. Also. Dingens. Karawane. Karawane. Langsam aber sicher habe ich das Spielprinzip verstanden. Also ich habe es hier noch nicht gespielt. Ich habe es mir aber schon beim anderen Speicherstand mal angeschaut. Und wie gesagt. Das Spielprinzip habe ich langsam verstanden. Nur noch nicht, wie ich damit auch gewinnen kann. Ah, sind wir heute wieder langsam. Borg. Borg. Da werden wir so zwei Waben. Die sich wieder etwas lustig machen, sobald wir hinkommen. Ah, da oben ist eine Tankstelle. Wenn ich mich recht erinnere, ist die von Skorpion bevölkert. Also, das heißt, da wollen wir nicht hingehen. So. Wir wollen da hoch. Zu diesen wunderschönen Statuen. Von diesen wunderschönen Männern, die sich wunderschön die Arme, äh, die Hände reichen. Ah. Ich mag keine Skorpion, habe ich das schon mal erwähnt. Oh, verdammt, da ist schon einer. Stirb. Stirb, rat Skorpion. Ja. Wow. Stirb, Bastard. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Bam. Oh, mit dem letzten Schuss im Magazin habe ich sie voll besorgt. Sowas von voll besorgt. Das war so episch. Tja, nachdem er eingesehen hatte, dass er keine Chance hat, gegen mich zu gewinnen. Wow. Sind etwa zwei von denen? Ich sehe sie nicht. Das ist mein Problem. Oh, ja, verdammt. Ich habe mich für nicht, wo die den lustig machen sollen. Wo? Da ist ja der Zweite. Ich habe schon... Ich hasse euch. Und zwar aus tiefstem Herzen. Ja. Laufen. Klicken. Ha. Ich sehe auch nicht mehr, was ich mache. Aber es ist ein wunderschöner Tanz des Todes, den ich hier mit diesem Skorpion führe. Stürb doch endlich. Stürb, Skorpion. So, fertig. Boah, ich fühle mich so mächtig. Ich habe drei harmlose Skorpione hier gemeuchelt. So. Was ist mein Lohn dafür? Noch ein Skorpion. Oh. Ich nehme mich jetzt einfach mal so an, wie du bist hier. Scheiß Ding hier. Verrecke. Einfach. Bam. Ich meine, ich habe für meinen Geschmack viel zu viel Schaden gefressen. Deswegen ich mich jetzt auch verziehen werde. Ich habe eigentlich gar keinen Schaden gefasst, aber trotzdem. Ich werde mich jetzt weiter dahin begeben, wo ich eigentlich hin wollte. Nämlich nach dort oben. Aber Zwischenstopp am Laster. Laster sind gut. Laster sind fein. In Laster passt viel Munition herein. Teilkisten leer, leer und da hinten auch leer. Schade. Ist in den richtigen Kisten hier irgendwas drin? Nö. Toll. In den richtigen Kisten packen sie nie irgendwas rein. Die sind nicht mehr anwählbar. Aber danke, dass sie überhaupt da sind. So, dann haben wir da noch einen Laster. Aber ich glaube, in dem ist auch nichts. Juhu. Doch, da ist was. Mein Gott, das war der berühmt-berüchtigte Sunset Caparilla Laster. Wo jetzt lauter Pinienkerne drin sind. Und Nevada Gabenfrucht. Boah, den habe ich es vorgegeben, diese Pinienkern. Okay, aber jetzt auf nach dahin, wo wir hinwollten. Genug Zeit verschwendet. Super Low Speed. Buh. Habe ich nicht. Schleichen vor dem Wind. Boah. Aber wie gesagt, ich mag keine Skorpiode. Ich finde, die halten auch noch relativ viel aus. Und sie sind eklig. Und ich habe Angst vor ihnen, weil sie so einen großen Stachel haben. Ich will, sie haben einen riesigen Stachel, der fast so groß ist wie mein Kopf. Darf man da keine Angst haben. Ich glaube, der tut eigentlich ganz schön weh, wenn man mit dem getroffen wird. Außer, wenn man so imbar ist wie ich. Mein Gott, wer bist du denn? Welcome. Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ihr fast während der Möder gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind sie vielleicht am Handeln interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge. Ich werde es direkt sagen. Ich folge ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum verfolgen sie mich? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhören. Ja, natürlich. Da sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da gefunden haben. Was ist denn besonders hier, diese Kronkorken? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset-Sasparilla-Sterne. Okay, wo kann ich sie denn finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset-Sasparilla-Flaschen. Okay. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind. Aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen. Oh mein Gott, als ob jemand wollen würde, dass man den Schatz findet. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand... Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Okay. Wer ist Festus? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Können wir ihn nicht einfach töten? Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsamer Wacht stehe und darauf wartet, dass jemand den Breiten. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm... Sie sind aber auch. Nein, das habe ich vor Jahren aufgenommen. Also, Cool Turkey, Mr. Imbarplayer, hatte gemeint, dass wir diesen Typen ruhig töten können. Wir haben die Leute derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Ich werde jetzt mal speichern. Dann werde ich ihm ein Niederstrecken. Gucken wir mal, ob er was Gutes dabei hat. Na los, tot, würde ich sagen, tot. Und, was kriege ich für ihn? Wow, er hat sechs von diesen Teilen. Das ist doch gar nicht mal so übel. Hat mir auch kein schlechtes Karma eingebracht, also, guter Deal, würde ich sagen. Jetzt aber, wirklich, endgiltig, nach da oben. Zu diesen wunderschönen Statuen, die aus der Nähe irgendwie ganz schön kaputt aussehen. Guck mal, der hat einen Stock im Arsch. Einen Stock im Arsch. Ha, 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 ist das lustig. Hey, Karawane. Ne, wir wollen nicht mit. Ich will hier... Iiii. Ich will zu irgendeinem reisender Händler. Ja, ich hätte gerne irgendwas verkauft. Gekauft, verkauft, das ganze Zeug. Absinthe würde ich gerne loswerden. Und das... Gute halt, Bleirohr. Weiß nicht, was brauche ich denn noch? Nicht, das brauche ich nicht. Hydra. Na, Hydra, könnte nützlich sein. Ähm... Nö. Das behalte ich. Medex. Braucht kein Schwein. Das behalte ich. Pinienkerner. Ah. Und natürlich... Das hier, weswegen ich die Typen überhaupt getötet habe. Redex. Wobige Hand. Schei-geränfte Pistole. Braucht kein Schwein. Schmutziges Wasser sowieso nicht. Den auch nicht mehr. Stangziaretten. Äh... Whisky braucht auch keiner. Also ich Wunderkleber. Dafür hätte ich gerne deine Stimpaks. Genauso. Und auf Wiedersehen. Hohoho, ich bin der Herr der Stimpaks. Haha, du siehst irgendwie müde aus. Okay. Würde ich sagen, gehen wir hier... Ah, rein. Drohes Tor, das nach außen aufschwingt. Das hätte mir fast meine Nase gebrochen. Hier wollen wir rein. Dün-dün-dün-dün-dün. Können wir auch einfach Quests kriegen, wenn ich mich recht erinnere. Major Knight. Pilger oder... Kurier. Ich trage das ins Logbuch ein. Überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten. Auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Außenposten haben. Tja, zuschreide für euch. Wenn sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn sie was zu sagen haben, fassen sie sich kurz. Wenn wir uns ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt sie das machen. Falls sie die Arbeitsanweisungen und die Anträge für Teilung beschreiben. Ich würde mit Ihnen gerne über PIM sprechen. Genau deswegen sind wir eigentlich hier. PIM? Hayes Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit... PIM sah schon besser aus. Jo. Stimmt. Es war mal ein vielversprechender Handelsposten. Vor dem Ausbruch aus der JVA. Hab im Wiki Advance eine schöne steine Geldverlöse. Das glaube ich dir sogar, Meister Meister. Äh... Ich würde gerne mit Ihnen über PIM reden. Ja, immer noch. Ja, er braucht Unterstützung. Ich würde ihr helfen. Aber wir können keine Truppen entbehren. Wir müssen eine Grundbesatzung im Außenposten lassen. Und viele aus den Westen. Äh... Nehmen wir das. Oh, Erfolg. Ich bin super. Ich werde eine Einheit für Funk nach PIM schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. Äh... Wie kann ich Ihnen helfen? Hilfe? Nun... Okay, sprechen wir mit Ranger Jackson. Sir? Oh, Ranger Jackson. Du siehst das wie Ranger Jackson. Oh ja. Ach, fetter Bartmann. Wie schaut aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Warum? Ja, ganz genau. Soldaten, nein. Die Routen reichen doch. Was will der denn? Und dem Mojava Outpost ist befohlen worden, stets Truppen an der RNK-Grenze verfügbar zu halten. Würden wir eigene Leute schicken, hätten wir nicht mehr genug Soldaten im Außenposten und würden... Ihr und eure Probleme. Mehr Truppen mehr, aber keine Ver... Oder... Sie klingen frustriert. Frustriert? Nein. Ich habe meine Befehle. Unterschrieben und bestätigt von der ganzen Befehlskette bis hoch zum Kimmel. Ich verstehe auch ihre Gründe. Kimmel, ja. Ich höre die Typen aus vollem Messer. Anders als Vegas oder der Damm. Aber wenn die Karawanen hier festhalten... Bla, bla, bla. Kann ich irgendwie helfen. Genau. Hilfe? Nein. Ich weiß das Angebot zu schicken. Wissen Sie... Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Mauten muss geräumt werden. Klingt gut. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder... Okay. Nice. Hör auf dein Herz. Denn es... Zeig dir den Weg nach... Weiß nicht wohin. Die Monster eben... Iwanpa Trockensee erledigen. Okay, das sind Ameisen. Ich hasse auch Ameisen. Ich hasse hier so ziemlich alles. Was hier rumkeucht und fleucht. Aber ich weiß ja, warum ich das hasse. Weil es einfach so gigantisch und verstrahlt ist. Sprechen wir mit Lacey. Gibt's hier Arbeit. Arbeit? Hier? Verraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst kann ich... Hö, 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 hö. Bla, bla, bla. Es tut mir leid, dass ich das jetzt alles nicht... ...lese, aber ich hab jetzt ja irgendwie kein... ...Lust mehr. Ja, die meisten sowieso aufgeregt. Und dann mit dem Tier. Käse. Willst du Ärger? Nein, ich schau mich nur um. Tja, dann sperr mal hübsch die Augen auf. Sonst keine Zeit für Gaffer. Oder irgendwen, der was sucht, was ich nicht loswerden will. Alles in Ordnung. Ob's mir gut geht? Ich trinke, um zu vergessen. Aber es macht mich nur wütend. Ja, das... Wütend. Im Westen hat das Saufen wülde Menge Erd. Was versuchen sie zu vergessen? Hab meine Karawane auf dem Weg nach Norden verloren. Ah. Der Fahrer wurde verkokelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch was. Ganz schön doof gelaufen. Ah. Warum sollten Sie das tun? Naja, natürlich die Ligen. Okay. Bla, bla, bla. Jack, bist du? Egal, ich gehe. So. Okay. Herzschmerzen nach Ansage. Was zur Hölle? Okay, ich werde mich jetzt noch... ...hier oben mit ihr unterhalten. Mit ihm. Er. Ihr. Ja, okay. Hängt von der Arbeit ab. Es gibt wohl Probleme in Nipton. Nach Nipton. Von dort auf den Straßen. Okay. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverband... Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipton. Ich mach's einfach. Nun gut. Hören Sie. Äh... Ich gehe jetzt lieber. Okay. Vorsicht auf der Planker. Damit haben wir uns jetzt erstmal mit... ...sonstigen tollen... ...super Quests eingedeckt. Welche wir dann... ...ab dem nächsten Part eingehen werden. Für heute würde ich sagen, reicht es dann wieder mal. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt... ...let's play. Ich jumpe vom Dach. New Vegas. Bis die Tage. Ich bin du wiederver. Ciao. Ciao.